Willkommen bei Nextmove. Heute geht es um zwei Weltrekorde, die offenbar so unerreichbar sind, dass sich in den letzten zwei Jahren niemand auf den Weg gemacht hat, um sie anzugreifen. Konkret geht es um die Reichweiten-Weltrekorde für das Tesla Model 3 und Model S von jeweils über 1000 Kilometer ohne nachzuladen. Wir hatten Anfang 2018 und damit ca. ein Jahr vor dem Marktstart in Europa mehrere Tesla Model 3 selbst aus den USA importiert. Zum einen, um uns selbst ein Bild von den Autos zu machen, aber auch um hunderten von euch erste Testfahrten auf Rundstrecken zu ermöglichen, z.B. auf dem Hockenheimring, am Lausitzring und auf dem ADAC-Testgelände in Nora in Thüringen. Fast alle Probefahrten endeten mit einem ganz breiten Grinsen und später dann im eigenen Tesla Model 3. Aber wir wollten auch testen, was die Autos auf deutschen Straßen leisten können und haben in vielen Videos hier auf dem Kanal berichtet. Doch zurück zu den Rekorden. Aufgestellt wurden beide Rekorde im Juli 2018 auf dem Testoval am Lausitzring. Am Start waren zwei Tesla Model 3 und ein Tesla Model S, damals noch ein normaler 100D, also kein Raven. Insgesamt waren die Autos ca. 30 Stunden ohne Nachladung unterwegs. Findet ihr langweilig? Wir auch. Um die Spannung etwas zu steigern, hatten wir deshalb ein Auto fahrerlos auf die Reise geschickt. Das heißt, ganz fahrerlos war auch dieses Auto nicht, aber seht selbst Film ab. Ausfragen. Ausatmen aus. dough Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2021 gemeinsam mit euch!